Hallo, vor ein paar Tagen habe ich euch schon mal ein Video zum kleinen Schillerfalter hochgeladen und heute möchte ich euch noch mal ein Beispiel zum kleinen Eisvogel geben, Limenitis camilla. Ich habe schon mal ein relativ ausführliches Video dazu hochgeladen oder mehrere sogar, die ich euch verlinken werde unter diesem Beitrag. Und wie gesagt, heute möchte ich euch noch mal ein ganz kurzes Beispiel vorstellen, einfach noch mal zum zeigen quasi, zum auffrischen. Und zwar befinde ich mich hier in einem relativ schönen Laubwald und es ist relativ dicht, beschattet, luftfeucht und wir stehen hier vor einer Heckenkirsche, eine rote Heckenkirsche. Und zwar habe ich jetzt hier gerade ein sehr schönes Beispiel gefunden, wo man das Blatt einerseits sogar noch sieht. Also die meisten Blätter hier, ja es ist jetzt Herbst, geht auf den Winter zu, die meisten Blätter sind schon runtergefallen vom Strauch. Allerdings hier ist noch ein schönes Blatt zu sehen und das ist sogar das Fraßblatt, das ehemalige. Also wir sehen ein super schönes Beispiel mit der Mittelrippe, die noch stehen gelassen wurde, bzw. Kotrippe in dem Fall. Und das Blatt ist zur Hälfte abgefressen, das ist ganz typisch für den kleinen Eisvogel und eben diese Mittelrippe. Ganz typisches Beispiel sieht man schon von Weidem. Und jetzt habe ich nur noch mal geschaut, ob man tatsächlich auch die Raube noch finden kann, bzw. das Sibonarium. Und tatsächlich, wenn ich es scharf bekommen sollte, dann hier sehen wir es. Hier an diesem Blatt ist hier so eine kleine Röhre. Man kann jetzt schlecht reinschauen bzw. die Raube sieht man eigentlich nicht. Die Raube sitzt in dieser Röhre drin. Also das Blatt ist zusammengesponnen. Hier sieht man ganz 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 dünne Fäden, mit denen es zusammen befestigt ist, die beiden Enden vom Blatt. So dass eben so eine Röhre entsteht und die Raube kriecht sich in die Röhre rein. Das Blatt ist am Ast fest verbunden mit Seitenfäden. Und somit bleibt diese kleine Röhre auch hängen im Winter. Und ja, dann werden die restlichen Blätter noch abfallen im Winter. Auch das Fraustblatt. Und dann bleibt nur noch diese Röhre hängen am Ast. Und im Winter kann man dann auch diese Röhre suchen. Jetzt aktuell, wie ihr sehen könnt, kann man sogar noch nach Fraustblättern suchen. Sehr einfach zu finden in dem Fall mit diesem Fraustblatt. Und ja, schönes Beispiel finde ich. Also, dann wünsche ich euch ebenfalls viel Erfolg bei der Suche und beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.